Musik Paul, holst du die Rocket League? Mal sehen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir das nicht so viel spielen würden. Deswegen habe ich es mir vorher auch nie gekauft. Und es ist teuer. Wenn es so 2 Euro kosten würde, ja ok. Aber es kostet mehr. Und dann will ich es ja viel spielen. Alter, ich habe eine Glanzparade gemacht. Hast du dir Borderlands wegen mir gekauft? Ja, könnten wir das spielen. Mal ganz kurz. Oder Paul, wie wäre es, wenn wir Castle Crashers eine Chance geben? Ich habe gerade das Level geschafft. Und Castle Crashers heißt es. Wir hatten das damals gekauft, wenn wir Tom spielen wollten. Und Marcel. Möchte. Möchte. Vielen Dank.